So, willkommen zurück zu Metal Wolf Chaos XT Unser nächstes Ziel ist Liberti Island Why did you come to save us, after we betrayed you Jody, I can't turn my back on a friend And the reason is, I'm the president of the United States Mr. President, don't come near, it's a trap I'm sure this is a trap Hey there, Michael Are you still playing the hero? Richard You just don't get it, do you? Freedom is dead You and your men And this symbol of freedom Will all perish Go ahead and cock your weapons If I direct these missiles behind me That goddess of liberty And your cute little secretary Will all be blown to smithereens Oh I'm the Marines Ha 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 Scheiße. 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 Das war's für die Freiheitsstatue. Okay. Ähm, Werkstatt. Verwende. Mehrfach Raketenwerfer. Kanatenwerfer, Raketenwerfer, Ölkanz. Wir brauchen mehrfach Raketenwerfer. Denke ich mal. Ja. 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 All be blown to smithereens! Ahahahahaha Round 2 Oh Scheiße Ähäääää Ich hab kein... ...ne Munition mehr Hahaha Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Apaches Not just Apaches Mister President You're You're alive Us resistance soldiers ...none for our resilience ... 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 Das ist keine Munition Ja, das... Trinkt nichts Dreck 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 Mr President How could you throw Das ist nichts Nein, nicht normal Abbrechen Go ahead and cock your weapons If I direct these missiles behind me That goddess of liberty And your cute little secretary Will all be blown to smithereens Oh Oh Ah, Scheiße Ah Okay, ähm, Werkstatt Ja Äh, Mist Ja Und dann machen wir hier Ja Panzerbrüchser So probieren wir es mal so Die Gottes der Freiheit und dein süßes Kleiner werden alle zu den Schmerzen So, jetzt geht das wieder los, Rückwärtsgang, einfach nur noch draufhalten auf dem Panzer. So, der Widerstand kommt. Erster Heli weg vom Widerstand. Sonst muss ich nochmal... Fahrlevel wiederholen. Aber mit Sicherheit kommt der Idiot dann auch noch. Schliessisch, schliessisch, wobei wenn der Widerstand weg ist, hat er die Freiheitsstatue noch ein bisschen in den... Oh Gott, oh Gott. Das war der Letzte. Oh verdammt, oh verdammt. Oh Gott, das werden böse Einschläge. Freiheitsstatue auch. Oh Gott. Das wars. Ah, scheiße. Werkstatt. Wir brauchen erstmal... Mieter jede Menge Geld. Maschinengewehre, Stromgewehre. Hier nehmen wir Panzerbüchse. Hier nehmen wir Panzerbüchse. Sturmgewehr. Dann nehmen wir... Sturmgewehr. Sturmgewehr. Granatwehr von... Ja, von mir aus. Probieren wir das mal. Scharfschützenwehr. Maschinengewehr. 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 Kranatwerfen, Scharfschützenwehr. Nehmen wir dann... Handfeuerwaffe. Nehmen wir mal die... Oh, Raketenwerfer. Flammenwerfer. Oh nein. Komm nochmal, ähh... Flammenwerfer. Flammenwerfer. Blumenwerfer. Sturmgewehr. Panzerbüchse. so viele sturmgewehre na gut speichern wir mal dann suchen wir uns erst mal ein anderes zielgebiet chicago das war das zeitrennen san franzisco das war doch eins der ersten dann nehmen wir mal noch den lambda anzug und stopp annihiliate the enemy army by destroying the target areas where the troops have amassed destroy all the target areas scattered throughout and take back the town ein bisschen geld nehmen wir natürlich mit hier Munition, Handvoll oder so? Und die Verstärkung Dann haben wir ja hier ziemlich alles geholt Jetzt hau ich nicht Die Dyson sind ja schon Energie Cups Das ist eine große amerikanische Stadt Munition schwer verpassen Und damit beendet ich schon mal diese Folge Tschüss, Ciao, Bye Bye